Moin Leute, im Moment sind wir in einer 4er Gruppe, 2 im Discord, einer noch im Discord der nicht mit drin ist, also nicht wundern, und dann schauen wir gleich mal, dann sind wir gleich zu 5 in der nächsten Runde. Ne, jetzt kommt ja auch wieder, ich glaube irgendwie wieder so ein anderer Shooter ist jetzt auch wieder rausgekommen, ne, wo der irgendwie so Fernseh-Game-Show mäßig dich gegenseitig abknallen muss und Geld einsammeln muss. Irgendwie so Finals oder so. Im Moment kommt wieder eine Menge, Menge neue Sachen. Mit allen Mitteln, da bleibt ja nicht meine Narbe. Mud-Go-Line? Sind da alle auf ihren Linien, oder? Ach man, der kann auch wegdäschen. Na, es gibt es nicht, wir müssen erst den Heiler platt machen. Ist zwar geil, dass er Chogal schmeißt, aber er muss versuchen den Healer rauszuschmeißen. Dann wollen wir die Camps hier oben machen. Ja, normalerweise ist es gut, ne. Weil macht da unten nämlich auch gerade das Camp. Alles klar, du Sesselpuppe. So, Hand ab, runter. So, ich würde es nur ungern sehen, wenn du nur noch die ersten seid, die die Ernte einfahren. Oh, ich lehnte diesen Sack. Ei, ei, ei. Ich krieg gerade gut einen. Auf den Sack. Das war nicht so gut, aber Probius muss mitkommen, auch wenn er nicht viel Damage macht in den Teamfights und er gut ist als Laner, aber... Und das ist, da hätten wir einen mehr gebraucht, das Camp, oder was? Eine neue Saat geht bald aufheben. Macht euch bereit. Eben schnell bevor. Da bleibt ja nicht meine Narbe. Noch ein kleiner Vorteil. Ja, wir haben jetzt die Falle entziehen. Du weißt, was dir da gefällt. Über diesen Hüpfball, oder? Geht zu. Das hat dir gefallen. So, ihr könnt also doch kämpfen. Er hat den lobbiert. Gut, mehr Dünner. Schade, was hier den, das Camp-Clown. Nur Probier, das ist zweimal gestorben und drei Kielzambien. Sehr gut. Und oben kriegen wir das Wort. Diese Wörme haben keine Chance. Volles Rohr. Gut gemacht, Helden. So, auf zum... So, ein Level über dem. Ist die Natur nicht wunderschön. Bitte sammelt diese Saat für mich ein. Da bleibt ja nicht meine Narbe. Okay, das sieht doch schon mal nicht so verkehrt aus. Was? oder kannst du das ausstellen oder kannst dich auch stumm stellen weil du brauchst sowieso nicht mit uns reden wir sagen dir hallo oder ich habe gerade bei mir auf stumm geschaltet er ist wieder das sollten wir doch jetzt hoffentlich auch noch mal kriegen und dann da bin ich nicht mehr rausgekommen diesmal reicht das nicht den daraus zu ziehen mit sowas kann ich mich anfreunden verdammt sind wir ja ich habe es aber noch mitgenommen ich wollte gerade sagen also aber die haben auch gegen uns gekämpft ich wollte gerade sagen aber trotzdem mit dem ersten Samen bist ne oder was heißt mit dem ersten ne na probios wird auch sterben wa das mal hier oben das camp holen die Sonne geht erneut an also husch husch zurück in den Kampf mir juckt der finger am abzug hier unten geht schon cocky rein da oben das camp ich wollte gerade mal legen ob wir unten versuchen das camp zu klauen aber ein Mann muss tun was ein Mann tun muss wo wir sind wo wir sind ist oben die gebündelte Kraft der Sonne die gebündelte Kraft der Sonne meine kleine Saat steht kurz davor aufzugehen bereitet euch darauf vor sie einzusammeln sollte doch nicht so drin stehen den habe ich mir geklaut hinterverleicht ein Dackel von dir solltet ihr nicht diese Saat einsammeln Helden ach toll ich hasse das dass du hier immer verwandelt wirst das war ja schon fast zu einfach zum glück der Wendem ist MVP und der Wendem ist MVP wobei der Gall hat auch echt gut damage gemacht er jetzt guck ich mal Gallen ja genau 33.000 im Meilen hey 182 Punkte dazu ja Leute na das war erstmal ein Sieg mal gucken ich denke wir spielen eine 5. Runde seht ihr dann am nächsten Tag wünsche euch einen schönen Tag ciao ciao so